Gute Ausführung, danke mal. Leute, er ist wieder auf der Sitzbank. Achtung, Achtung! Geht los! Das ist so unfassbar. Für den herrscht andere physische Spiele. Das ist so unfassbar. Das ist so unfassbar. Ich bin jetzt zufrieden. Ihr wisst, was jetzt kommt. Luka, komm an! Eins, zwei, yes! Wir verankern, eurem Efe. Zwei, zwei, yes! Zwei, zwei, drei, drei, vier! Was ist das für die Fertigke? Luka, Luka! Vor der Konzernation. Da ist go-time für den Fertigke. Ja, mit dem Walsch, mit dem Walsch! Woh, 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 woh! Das ist der Balli, Mario! Das ist der Balli, die Leute! Oh, la, la! Das ist Rami, die Tür! Und jetzt ist die Partie in der Richtung am Kopf. 8 der 4, der ist bei der Schritt! Boah! Da wäre der Punkt schnell. Ich will hier gar nicht mehr übersetzen, was er gerade noch gesagt hat. Er ist natürlich mega enttäuscht. Und er hat hier absolut das Zeugrand.